Ich habe etwas für dich. Wir müssen uns treffen. Treffen? Etwa persönlich? Soll ich nach einem Typ mit einer Maske suchen? Keine Maske. Folge einfach meinem Signal. Ich dachte, du wolltest keine treffen. Das stimmt. Aber es muss sein. Sein oder nicht sein, ihr seht, grosse Frau Bock. Nichts wird besser, wenn ich kenntlich mehr Geld in unserer Schule. Ich darf auch hier nicht noch mehr Kaffee haben, sondern das muss jeweils geschehen. Wir verstecken mich hier und hier liegen, dass es sich ausschaut. Mhm. 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 Die ist natürlich wieder außer Reichweite. Die Scheiße. Kammer. Ich nehme das, oder? Ah, das ist doch noch so. Da rein, da runter, aufmachen und hacken. Eine neue Gare, ja? 15 Missionen! 5,000. 20,000. 3. 3. 7. 11. 18. 20. 20. 21. 20. So, warum wir jetzt zum nächsten Missionen machen, die, ne? Was trinkt ich? Ich hatte schon oft mit Bad Boy zu tun, aber seine Identität bliegt immer geheim. Ja, sehr ungewöhnlich. Und du willst herausfinden, dass es eine Frau ist? Du pädophiler Junge, du. Bad Boy. Was? Bad Boy. Bad Boy, siebzehn. Hör bitte was? Hör bitte was. Bad Boy, siebzehn. Clara. Clara. Das war's. Präzisionsformen. Interessiert. Magdoronischerreiß. Das war's. 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 Lass steigend bio. Die Flanze ab плат Ja, hau. Was ist denn hier los? Was geht denn hier alles ab, Ruck? Hey! Fakt Nein! Meine Ladung geht gleich hoch! Leute, ich nicht zu früh! Fakt Nein! Meine Ladung geht gleich hoch! Machen! Machen! Ich bin im Gebäude. Kannst du irgendwas sehen? Der Lageplan zeigt einen offenen Platz da drin. Und zweifellos mehr Wachen. Ah, diese Hände, die ich dir auf Handy geladen habe, sind die perfekte Ablenkung. Damit kannst du die Ausrüstung von jeder Wache da drin stören. Was für Ausrüstung? Alles halt. Hände ihre Handys, Earpieces, Sprengstoffe. Heutzutage wird doch alles mit Chips gesteuert. Okay, ich versuch's. Kannst du die Büros gehen? Such mir einen ungesicherten Laptop. Hab einen. Bradley Coughlin. Oh, oh nein. Er ist der Chef der Sicherheit. Ja, was auch sonst. Sobald ich drin bin, musst du schnell sein. Track den Anrufer und dann raus. Die Security wird den Einrufer in die Stelle nehmen. Ich hab ihn. Ich hab ihn, John. Das bedeutet, meine Wenigkeit hat einen Parkplatz, wo den X-Flare-Spotionen fliegt. Wir haben die Konstruktion, also in der Wissenschaft. Aber die, vielleicht, normale Wissenschaften. Wir fassen, was hier dann im Schack sicher arbeiten wird. Okay, ich hab ihn mit der Kriterung unterscheiden. Aber ich gezähl euch alles, wenn ich will. Okay. Jetzt muss ich auch nach oben. Hm? So, ich bin noch drin. Das ist nicht nur Werbung. Das blockiert meine ganze Aussicht. Ein einziges... Oh scheiße! Jemand hat mich reingehackt. Fährt sofort das Gebäude ab. Findet ihn! Okay, du bist drin. Findest du den Anrufer? Ich suche gerade. Kassiz! Die Bullen kommen. Die haben Hightech-Stanner, die man nur schwer stören kann. Du musst sofort da raus! Anrufer. Anrufer! Arras! Schau! Spannende Musik Geh kopf, suche nach mir, ich komm hier nicht weg. Weiß der Zeg, wie man Polizeiscans stört? Doch, ich glaube schon. Hier ist was. Ich schick es dir jetzt. Das wird ihre Scans und Kommunikation in dem Gebiet stören. Und auch die Zivilisten. Und auch die Zivilisten. Und auch die Zivilisten. F*** dich! Siehst du? Das ist noch niemand, ich sehe am Spielen. Das war's für heute. Was ist das? Hast du den Anruf? Das Katz und Morsch. Benarvt. Ich hab deine Mors. Sein Anruf kam aus einem Apartment im Blut. Endlich. Sei vorsichtig, Aiden. So wie der sein Signal gebounced hat, ich glaube, er will, dass du ihn findest. Na, dann wollen wir ihn mal nicht enttäuschen. Oh, oh, oh.